So Leute, ich wollte gerade eben auf den Tisch klicken, dann ist mir das Minecraft abgestürzt und ich habe gerade festgestellt, dass das auch nicht kompatibel ist und leider nur die Standardversion, aber ich habe mich entschieden, ich mache auf das Schwert das jetzt trotzdem und hoffe, dass wir was schaffen. Schönes bekommen. Was haben wir bekommen? Plünderung 11. Naja, immerhin besser als nichts. Ich würde mal sagen, da müssen wir leider auch noch ein bisschen abwarten. Ich packe einfach gleich mal die Spitzhacke weg und am besten baue ich hier irgendwie eine Kiste hin. Auch wenn ich die weggenommen habe. Egal, eine muss hier sein. Schon alleine, das ist ja die Küche und man muss ja auch hier noch ein bisschen so zwischendern können für Essen. Wo packe ich die jetzt hin? Hmm, ein Kühlschrank könnte ich auch mal noch bauen. Ich glaube, ich packe die mal hier hin. Wo habe ich... Ah, die kann ich ja noch nicht verwenden. Moment, ich muss eine neue Eisenhacke machen. Meine Alter ist ja kaputt gegangen vorhin. Da mache ich kurz eine neue. Und jetzt haben wir halt einfach ein Diamantschwertchen und die Diamant-Glücksspitzhacke. Da muss ich ja mal schauen. Sonst im Notfall switche ich nochmal kurz auf 1.5.2 um. Mach das dann in der Aufnahme und dann gehen wir halt wieder zurück auf 1.6.2. Wenn es halt nicht anders geht. Ich werde mich aber nochmal darum kümmern, natürlich. So, aber genug wegen dem. Wo habe ich jetzt die hingepackt? Hier, da. So, dann haue ich das nämlich hier weg und haue nämlich hier eine Kiste rein. So, dann kann ich nämlich hier ein bisschen Essen ablegen. Weil alles brauche ich wieso nicht? So, das Eisen auf Vorrat, Spitzhacke, die Schaufel, äh, ja, ist egal. Weil die nehme ich so, die benutze ich so. Aber zuerst wird hier natürlich mal, äh, ausrangiert, die alte. So, gut, wunderbar. Ja, hier muss ich echt mal noch ein bisschen einrichten. Ich weiß, ihr habt schon gesagt, wir finden das nochmal. Ich weiß, aber ich, 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 ich habe so viele Baustellen gerade. Vielleicht sollte ich echt mal einfach hier zuerst. Aber ich gehe mal jetzt Schafi scheren. Ja, Schafichen. Oh, Dipsy ist nicht da. Oh, ich vermisse Dipsy. Aber die kommt sicher bald wieder. Ja, ich muss da noch ein bisschen rumtesten mit der Version. Das ist immer das Gleiche, wenn man wieder auf eine neue Version wechselt. Da gibt es nur Ärger, nur Ärger. Ja, ja. So. So. Gut. Schafi, Schafi, Schafis. Mit nackten Hintern. Hehe. Ist auch neu. So. Ich wollte noch Weizen, aber ich glaube es, ich habe gar keinen mehr. Aber draußen habe ich noch. Dann hole ich mir das. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Muss ich da wahrscheinlich gleich umpflügen? Ah, ne. Geht. Das fällt mir wie so hier auch nochmal abgerissen und angepasst. Das passt mir nämlich noch nicht. Jetzt habe ich natürlich nichts dabei zum Umwälzen. Aber egal. Ich mache jetzt nur kurz die. Paar, dass ich ein bisschen was habe. Weil ich wollte nämlich gleich mal wieder ein bisschen Leder sammeln. Für die Kühe. So. Moment. So. Ich muss ja kurz was da machen. So. Gut. Meine Katze brachte gerade aus dem Zimmer. Und da muss ich sie natürlich kurz rauslangen. So. Jetzt. Gut. Wunderbar. So. Da haben wir ja jetzt genug zum Anpflanzen. Und wir haben auch genug Weizen. So. Da pflanze ich wieder alles nach. Ep, ep, ep. Da ist noch was reingefallen. Das hole ich mir natürlich gleich wieder. So. Da gehen wir nämlich unsere Kühe füttern. Eventuell auch Schafes. Und die Hühner mal schauen. Und dann würde ich sagen. Machen wir weiter mit dem Bau. Also. Mit dem Bau des Häuschen da. Oder. Also. Ist ja kein Häuschen. Es ist ja. Eine Späschdalung. So. Hühnchen. Es gibt Essen. Und ich würde sagen. Wenn es nacht ist. Gehen wir ein bisschen killen. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Oh. Da hat es ein Schafi draußen. Naja. Dann halt. Hühnchen. Da. Da. Essen. Na komm. Wissen nicht. Na also. Geht doch. So. Und ihr wollt sicher auch was. Tja. Ist mal wieder. Erntezeit. Küchen. Kommt her. Kuckuckuck. Ich weiß das ist sehr eng für die Kühe. Aber. Ich werde sie sowieso gleich wieder ein bisschen dezimieren. Für das Leder. Bisschen Leder habe ich noch im Lager. Das weiß ich. So Küchen. Lass mich rein. Tür zu. Tür zu. So. Jetzt wird geschlachtet. Tut mir leid Kühe. Aber ich brauche ein bisschen Steak und ein bisschen Leder. Ja. Also. Das Schwertchen haut recht gut rein. Hopp. So. Ja. Noch ein paar mehr. Na. Ich bin gemein. Ich weiß. Aber wir haben ja noch ein paar Junge. So ist es ja nicht. So. Dann füttel ich die, die noch da sind. Na. Kommt essen. Ich habe da noch ein bisschen was. So. Mal schauen. Wie viel haben wir noch? Kommt. Zwei nehme ich mir noch mit. Eine mal. Und zweimal. So. Das passt. So Kleiner. Geh mal weg. Ich muss hier raus. Tschüss. Meine Kühe rein. Der ist noch richtig aufgeregt. Kommt da. Ah. Du willst nicht. Wer will noch was? Wer hat noch nicht? Gut. Schaffi. Was machst du hier draußen? Also echt jetzt. Geht ja gar nicht. So. Wie viel Leder haben wir? 27 Stück. Na. Immerhin. So. Aber eigentlich müsste ich echt mal noch einen Isel holen. Oder ein Pferdchen. Das ist ja auch ein bisschen doof, wenn ich immer hier raus renne. Aber jetzt gehen wir gleich zuerst eine Runde jagen. Die Nacht nutzen. Aber bevor ich das mache, alles hier lassen, was ich nicht benötige. Falls ich drauf gehe. Man weiß es ja nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Vielleicht natürlich schon. Aber nicht so viel. Moment. Schwerdchen. So. Das kann weg. Das kann weg. 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 So. Ja. Der Rest ist nicht so schlimm. Außer natürlich das Schwertchen, wenn ich das verliere. Wo ich gerade wieder mal wegschmeiße. Kommt her. Schwertchen. Und los geht's. Hallo. Ist jemand da? Da hinten, Zombie. Komm her. Komm, Zombie. Komm, Zombie. Ich muss mein neues Schwertchen austesten. Ah. Oh. Gleich noch einer. Tja. Da hat der verrottete Fleisch in der Hand. Hm. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Da vorne sind Skeletis. Da könnte man eigentlich auch mal eine Brücke rüber bauen. Hm. Wäre eine Idee. Skeleti. Ich komme. Bleib stehen. Hau nicht ab. Na, 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 na. Da ist er doch. Komm, komm. Stirb. Stirb. Ach, komm. Feige Socke, du. Hier. Komm jetzt her. Du bist mich verarschen, oder was? Naja. Ich geh mal kurz zurück. Der kommt sicher aus dem Wasser. Ich will mich hier ja nicht töten lassen von dem Nini. So, du bist dran. Ja. Skelet, Mann. Ich brauche Erfahrung. Knochenmehl. Wir brauchen mehr Knochenmehl. Das ist ja klar. Zum Anpflanzen. So, du bist mal tot. Da kommst du dann. Ich bin doch der Zombie-Töter. Wieso stellst du dich im Weg? Ah, Zombie. Komm her. Ja, die Zombies haben sich auch geändert. Sehe ich gerade. Die Texturen. Habe ich nicht geändert. Also, das hat man gemacht. Mehrere fahren sie. Hm. Die sehen ein bisschen besser aus als vorher. Angry. So. Skelett, Mann. Stirb. Und da vorne haben wir ganz viele Spinnen und Zombies. Wow, wow, wow. Unten noch ein Creeper. Das könnte noch böse ändern. Ich muss aufpassen. Ich muss gleich mal was essen. Was, du hast ein Schwert. Oh, creepy. Nein. Jetzt hat er mir noch ein Loch reingesägt. Oh, Mist. Ich muss kurz was essen. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade. Oh, da kommen noch mal drei. Ja, 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 ja. Naja, so sammeln wir zumindest sehr viel schnelle Erfahrung. Ah, Hilfe. Spinny, Spinny. Stirb. Huh, huh, huh. Ah, aktive Nacht heute. Ja, 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 ja. Spinny, komm her. Tut. Da noch eins. Bin ich, Spinny. Oh, nee, nicht schon wieder ein Creeper. Komm schon. Nee, nicht schon wieder ein Creeper. Nicht ein Creeper. Tut. So. Angry, Geronimo. Ha, ha. Hm, ich muss nachher wieso noch ein bisschen Holz sammeln. Fällt mir ein. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Nacht... Oh, ich kann, aber ich muss ja noch ein bisschen Holz haben. Ah, Screepy, du mach ein Nippum. Nein, du mach ein Nippum. Nein. Stirb. Also, Vorsicht. Nicht, dass da einer kommt und mir alles kaputt macht hier. Das wäre nämlich schön ein bisschen doof. So, ah, der Sternenhimmel ist auch echt schön jetzt. Gefällt mir. Hm, hm. Und die neuen Blümchen auch hier. Sehr schön. So, wo hat sie noch was? Ah, Zombies. Kommt her. Schwimm drüber. Kommt zu Papa. Ich werde euch alle töten. Ihr werdet alle sterben. Nicht sofort, aber gleich. Kommt her. Na, na, na. Geht doch. Zwei weh. Zwei weh. Ha, ha. Einmal tot. Zweimal tot. Dreimal tot. Hi, hi. Geht ja richtig gut mit dem Diamantschwert. Ich liebe es jetzt schon. Ja. Diamantschwert. Und der ist auch hinne. Den da hinten hole ich mir natürlich auch noch. Komm her. Kabam. Oh, der fängt schon wieder an mit dem. Meine Katze wieder. Die will rein. Moment. Was ist denn? Willst du wieder rein? Na, komm rein. Tja, meine Katze halt. So. Das ist eine neue Mode. Normalerweise geht sie dann einfach wieder. Okay, jetzt fängt sie an, sich bemerkbar zu machen und sagt, ich will rein. Ich will rein. Und wahrscheinlich willst du gleich wieder raus, oder? Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wartest du aber. Nee, willst du doch nicht. Oh, nee. Jetzt habe ich da nicht aufgepasst. Komm her. So, kurz was essen. Nam, nam, nam. Oh, da kommt schon Spinni, Spinni. Spinni. Stirb. Oh, da vorne hat es noch ein Bogenschützen. Ha, ha. Ja, für alle, die fragen, ja, was ist denn das für ein Paket? Ja, das ist eine Kombination aus verschiedenen Texturpaketen von Hannibal. Alles, von allem ein bisschen. Also, die Waffen zum Beispiel ist noch die alte drin. Aber die Rüstung ist zum Beispiel die neue drin. Und so weiter. Also, das kann man nicht so verallgemeinern. Einfach halt, was ich wollte. So, ja. Hm. Hey. Stirb. Stirb. Oh, Spinni, Spinni, Spinni. Oh, wow. Heute Nacht geht aber die Post ab. Ich meine, hier als Licht, wieso hat es so viele? Ja, und unsere Häschen sind im Moment auch in Urlaub. Aber das hat irgendwie mit dem Mut zu tun, natürlich. Und Schaffi, du musst auch weg. Ja. So, weiter geht's. Wir haben ja schon wieder Level 14. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf mein Schwertchen einfach noch was draufpacken kann. Das muss ich nachher mal testen. Du gehst auch weg. So, hat es da nichts mehr? Da vorne. Ich komme. Juhu. Bäh, bäh. Oh, tot. Und jetzt kommst du dann. Oh, oh. Ui, 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 da hat es aber jetzt gerade einige Bogenschützer hier. Wow, 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 stirb. Und noch ein Creepy, natürlich. Nein. Der hat mich zurückgeworfen. Du Sack, du. Nur wegen dir muss ich das jetzt wieder reparieren. Zombie. Naja, haben wir gleich. So, was futtern. Ah, doch nicht. Zuerst Zombie wegmachen. Zombie. So, schnell was futtern. Oh, jetzt muss ich das wieder flicken. Naja, zum Glück ist nichts vom Gebäude kaputt gegangen. Da geht's. Ich wollte ja wieso nachher dort noch was machen. Oh, schon wieder Zombies. Wow. Woher kommen die nur alle? Ich hab doch hier ausgeleuchtet. Wollt ihr mich verraschen? Echt Wahnsinn. Wow. Level 16. Oh, was ist denn da passiert? Meine ganze Kiste hast du in die Luft gespült mit meinem Glowstone drin. Na, super. Sind ihr noch da? Glowstone? Jo. Hatten wir Schwein. Ich muss das kurz auffüllen. Habt ihr gesehen? Ich bin voll mit Pfeilen. Ach Mist. Ich muss aufpassen, nicht dass da wieder was kommt. Nochmal ein Creeper und der jagt mich gleich nochmal in die Luft. Muss ja auch nicht sein. Hüp, hüp. Alles wieder wieder auffüllen. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Haben wir ja gleich. Aber das Loch muss weg. So. Hier. Und das muss weg. So. Ich bin wieder bereit, Zombie. Ich komme. Wir haben bald Tag. Angriff. Wow. Und natürlich ein Creeper. Diesmal aufpassen. Aufpassen, Creepy. Aufpassen, Creepy. Creepy, stirb. Creepy. Creepy, stirb schon. Du machst mich nicht kaputt. Nein, Creepy. Nein, Creepy. Stirb. Oh, das war jetzt aber echt gerade knapp. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, du auch. Geil gut, kaputt. Geh kaputt, du. Du Frau. Oh, ein Enderman. Aber auf den gehe ich erst los, wenn ich fit bin. Muss ich auch was essen. Nom, 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 nom. Puh. Da vorne hat es doch noch ein Spinni gehabt. Oh, da kommt noch ein Zombie. Gleiches Tag. Oh, da kommt noch ein, was ich war. Wo-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Wo-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah.